Egle Phoenix AG. Wir helfen Ihnen gerne, wenn auch Sie lieber im Liegestuhl liegen als putzen. Geschäftsleiter Martin Egle mit annähernd 30 Jahren Erfahrung. Unsere gute Fee im Büro, Franziska Huber. Unser diplomierter Hauswart Boris Hoog sowie unser Hilfshauswart Antonio da Silva. Am Anfang jeder Reinigungslösung steht die Offerte, anhand derer wir eine monatliche Pauschale ermitteln. Flexibilität, flinke Hände und Freundlichkeit sind genauso unsere Stärken wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Und alles so umweltschonend wie möglich. So arbeiten wir möglichst ohne Chemie mit Mikrofaser und Wasser, mit biologischem Marmormehl, zertifiziert umweltfreundlichem Entkalker und fahren mit Naturgas. Im Bereich Hauswartung verwenden wir Mulchrasenmäher, um Umwelt und Kosten zu schonen. Eine Top-Ausrüstung ist uns eine Selbstverständlichkeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Egle Phoenix AG. Damit Sie Ihr Zuhause lieben.